Ich habe auch ein Pamphlet geschrieben, das kann ich euch jetzt auch mal kurz präsentieren. Heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen, habe ich einen Traum. Einen Traum, der tief verwurzelt ist in der Welt, in der ich groß geworden bin. Einer Welt, in der es Geheimnisse gab, statt Google. Brieffreundschaften statt E-Mails und Lexika statt Wikipedia. Einer Welt der Pornohefte, der Musikvideos und Audiokassetten. Einer Welt, in der es Buchgeschäfte gab, statt Amazon. Plattenläden statt Amazon. Drogerien statt Amazon. Gartencenter statt Amazon. Winotheken, Autohäuser, Baumärkte, Zoohandlungen und Staubsaugervertreter statt Amazon. Einer Welt mit Taschenrechnern, mit Fernsprechern und Karteikarten. Einer Welt mit Mensamarken und Studentenausweisen, die ein Parkinson-kranker Pinguin im Vollrausch hätte fälschen können. Ich habe einen Traum, dass diese Welt nicht verloren ist. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages die Untertanen des iPhone erheben und die wahre Bedeutung ihrer Existenz ausleben werden. Viele halten diese Wahrheit nicht für selbstverständlich. Aber ich sage euch, alle iPhone-User wurden als Menschen erschaffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den Hügeln der Realität die Söhne der Sklaven des Internets und die Söhne der Sklavenhalter des Internets miteinander an einem analogen Tisch sitzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages mein kleiner Sohn in einer Welt leben wird, in der er nicht nach der Anzahl seiner Freunde beurteilt wird, sondern nach der Anzahl seiner Lokalrunden. Ich habe einen Traum, dass Menschen wieder handeln, ohne es vorher zu posten. Dass sie zum Einkaufen wieder das Haus verlassen, zum Arbeiten, zum Pöbeln und zum Aufreißen und dass im ICE wieder geraucht wird. Ich habe einen Traum, dass Menschen ihren Müll wieder wegschmeißen, statt ihn zu versteigern. Dass Menschen wieder selbstständig von einem Ort zum anderen finden und dass Menschen wieder darauf scheißen, was Kunden, die diesen Artikel kauften, auch kauften. Ich habe einen Traum, dass Menschen auf Konzerten wieder tanzen, trinken, Vögeln und Drogen nehmen, statt zu filmen. Dass Menschen auf ihre Urlaubsfotos wieder eine Woche warten müssen und dass es wieder 96 sind, statt 7000. Und dass Menschen nicht mehr 18 Mal mailen, bevor sie sich auf ein Besäufnis treffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages alle Stecker gezogen sind und alle Sticks gelöscht. Alle Akkus leer und alle Festplatten gecrasht. Alle Websites gehackt und alle Freunde entwischt. Und das ist ein Mensch. Egal, ob schwarz oder weiß. Grieche oder reich. Dass Menschen wieder rocken, statt zu bloggen. Littern, statt zu twittern. Und ficken, statt zu klicken. Applaus Labeln